... Ja, Ande Ping-Con pur ... ... klingelt sich an ... ... wie ihr seht, sie haben die größten Fahnen des heutigen Tages ... Es ist die Gruppe aus Vorderweidental mit der Burgruine Lindebrunn. Die Fahnenträger fuhren den Traktor an. Der die Ruine des Burgruine Lindebrunn darstellt und dahinter fällt sie. Die letzten Kumpfer, die die Burgruine Lindebrunn verteilt haben, die letzten Kumpfer von Lindebrunn sind weiter mit dabei in der Feuer. Eine richtig große Gruppe aus Vorderweidental. Schön, schön, dass ihr hier hergekommen seid nach Erdfeiler für so einer großen Gruppe. Da unten 10 greift. Oh, habt ihr noch was selbst mitgebracht? Vielen Dank. Applaus 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 Vielen Dank. Vielen Dank.